Unten ist er schon, oben ist er auch schon. Was will er jetzt von mir? Soll ich noch draufbrunzen? Hilft das? Ja, Gewalt anwenden. Was soll ich damit? Das war jetzt aber eine sehr geile Schlussreaktion von mir. Muss ich ehrlich sagen. Also das war jetzt reiner Zufall, dass ich jetzt den Hammer nehme und das genau gepasst hat.